In diesem kurzen Screencast zeige ich Ihnen einmal den Unterschied zwischen einer stationären HTML-Seite und einer dynamischen HTML-Seite. Sie sehen die Willkommensseite. Schauen wir uns mal den Quelltext an. Dafür nehmen wir den Firebug. Wir gehen in den Tab über HTML. Entschuldigung, da bin ich in der falschen Leiste, hier oben. Und wir sehen erstmal alles zugeklappt. Ein typisches HTML-Dokument mit einer Dokumententypvereinbarung. Und wenn wir das aufklappen, sehen wir in den beiden Tags, die mit Spitzenklammern anfangen und die Wiederholung mit Slash und HTML-Element in den Spitzenklammern begrenzt, diesen Bereich. Wir haben also die HTML-Seite, die aus einem Kopf besteht und dem Body, den Körper. Im Kopf finden Sie diese Information, im Body jene. Das heißt, das was wir hier sehen, entspricht ja nun gar nicht, was wir hier sehen. Das ist stationär. Aber wir wissen, der Web-Server interpretiert, Entschuldigung, der Browser interpretiert die Empfang der Repräsentation HTML, der Ressource Index.html in dieser Weise. Jetzt ein anderes Beispiel. Ich habe da was vorbereitet. Wir schauen uns mal diese Datei an, die genauso heißt, bin einer anderen Dateispezifikation. Und die vom Aufbau her etwas anders aussieht. Wir haben im Body-Teil, hier wird der Primitiveditor von KDE aufgerufen, LeafPad. Wir haben im Body-Teil einen Skriptaufruf der Programmiersprache PHP. Und wir haben hier nur eine Anweisung, PHP-Info, die alle Informationen des Servers oder serverseitig oder auch über die Seite und viele Dinge mehr liefert. So, jetzt würden wir warten, wenn das der Browser anzeigen soll, dass das irgendwie HTML-mäßig gerendert wird. Gucken wir uns das an. Rufen wir also diese Ressource auf. Local Host. Wir müssen weiter spezifizieren. Ansonsten wird uns Apache die Index.html-Seite aufrufen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Index.php-Seite aufrufen. Na, was erwarten Sie? Es ist keine stationäre Seite. Es ist eine dynamisch generierte. Die PHP-Funktion PHP-Info liefert uns massig Daten über die Laufzeitumgebung des Web-Servers. Das können Sie sich zu Hause mal in Ruhe anschauen. Insbesondere über den Apache. Über das HTTP-Protokoll hatten wir ja schon einiges erfahren. Aber hier sehen wir, welchen Module er geladen hat. Wir sehen viele Dinge in seiner Umgebung. HTTP-Host, User-Agents, Port-Adressen, Protokolle, die unterstützt werden und vieles mehr. Ja, das geht zwei Meter tief. Ja, das ist der Unterschied zwischen einer stationären Seite, da ist keine Skript-Information, wenn wir uns das hier nochmal anschauen. Ja, das ist reiner HTML-Code und einer PHP-Seite im Code. Und, ja, da bin ich falsch. Hallo? Ich bin hier ganz falsch. Ich muss hier zurück, oder? Local Index PHP, kriege ich gar nicht geliefert. Seiten-Quelltext-Anzeigen. Na, das ist der Seiten-Quelltext dieser Seite. Ja, komme ich nicht ran, muss ich auf den Server gehen. Ja, auf den Server, wo wir ja eben mal waren. Und auf den Server gehen heißt, in das Public HTML-Verzeichnis reingehen. Und Sie erinnern sich, die Seite sah eigentlich so aus. Ist der Unterschied klar geworden? Ich hoffe es.